Ein geringerer Luftwiderstand hilft, Kraftstoff zu sparen und damit auch den CO2-Ausstoß und die Schadstoffemissionen zu verringern. Die verbesserte Aerodynamik der Baureihen TGX und TGS konnte durch eine Vielzahl von intelligenten und konstruktiven Lösungen erreicht werden. Dazu gehören die neue Spoilerlippe mit Abrisskante am Stoßfänger, kleinere Öffnungen an der Außenseite der Scheinwerfer, markante Windleitblenden rechts und links, neue einteilige Spiegelgehäuse mit Wasserablaufmanagement, Ein neuer Dachspoiler für das XLX-Fahrerhaus, der die Öffnung des Hubschiebedachs umschließt und durch die definierte Luftführung auch die Innenraumbelüftung verbessert. Aufgrund der Umgestaltung führen die neuen Bugschürzen von TGX und TGS dem Motorkühler einen um 15% stärkeren Luftstrom zu. Der Lüfter schaltet somit seltener zu. Der Nebenleistungsbedarf verringert sich. Für die neuen Fahrzeuge ergibt sich ein bis zu 6% verbesserter CW-Wert. Dem Kunden entsteht daraus ein vierfacher Nutzen. Eine Kraftstoffeinsparung von rund 3%, ein um 25% niedrigeres Innengeräuschniveau, eine geringere Fahrzeugverschmutzung, insbesondere der Spiegelflächen und Seitenscheiben und eine höhere Zuverlässigkeit durch die optimierte Motorkühlung. www.tgx.tg.at Untertitelung des ZDF, 2020